Willkommen zurück zu Simmer Talks! Heute geht's um die Heldin, nennen sie Necrofizzle. Das ist eine Heldin in Hearthstone, die man bekommt, wenn man an einem Fireside Gathering teilnimmt. Was ist ein Fireside Gathering? Das ist eigentlich so ein Hearthstone-Treff. Das findet normalerweise in irgendwelchen Kneipen oder Gastwirtschaften statt. Normalerweise, ja. Jetzt kommt mal eine Story. Ich wollte die Heldin unbedingt haben, so hab ich mich aufgemacht, um eben halt so mal so ein Fireside Gathering zu besuchen. Hab geguckt, wo ist eins? Im Friseute war eins. Stand einfach nur, ja, von 22 Uhr bis 1 Uhr zocken für Nemsi. Also für die Heldin. Hab ich mir gedacht, ja, kann man ja mal machen, ne. Drei Stunden, dann da gerade rumgammeln und dann hat man die Heldin. Joa. Okay, hab ich mir einen Kumpel geschnappt, sind wir da hingefahren. Und ja, erstmal, hä? Sind wir hier überhaupt richtig, sind wir? Fragte er mich so. Auf einmal waren wir irgendwie so abgelegen auf so einem Bauernhof. Die Luft stank und alles war irgendwie komisch. Ähm, keiner war da. Keine, keine Menschenseele. Und irgendwann öffnete sich die Tür eines Hauses. Kommt da so ein alter Mann raus. Joa, kann ich euch weiterhelfen? Ja, und dann, ähm, fragte mein Kumpel so, ja, wir suchen ein, äh, Kartenspieltreff. Er wollte natürlich nicht Hearthstone erwähnen. Und dann, joa, ich weiß nicht, aber vielleicht spielt mein Sohn sowas. Ich frag den mal. Oh mein Gott. Und ab diesem Zeitpunkt dachte ich, dass es wahrscheinlich so ein 13-Jähriger ist, der das bei sich irgendwie veranstaltet, nur um den Helden zu bekommen. Eieieiei, hatte ich schon wieder Vorstellungen, ey. Ja, und irgendwie nach fünf bis sechs Minuten, dann kam tatsächlich da der Sohn. Es war so ein 18-Jähriger tatsächlich, kein 13-Jähriger. Und dann sagte der uns, joa, kommt mal rein. Ich habe eigentlich nicht mit Leuten hier gerechnet. Ich wollte diese Post bei Blizzard, das war ja öffentlich, dieses Treff, löschen. Aber es ging nicht. Das heißt, wir sind da einfach aufgekreuzt, als Fremde. Und wir wurden quasi nicht wirklich gerne in Empfang genommen. Das war mega das komische Gefühl. Aber, ja gut, dann sind wir da reingegangen. Haben wir uns da in der Küche des Hauses gesetzt, auf diesem Bauernhof, oder was das war. Und dann steht der Vater da aber noch. Joa, ich guck mir das jetzt mal mit an. Ich guck's mir mit an. Ja, what the fuck, Alter. Das war mega cringe, Alter. Der Vater guckt einen die ganze Zeit so. Und, ja, was musste man da machen? Drei gegen drei musste man das spielen. Das war so ein Event. Und danach hast du die Helde bekommen. Und dann haben wir das einmal gemacht. Einmal mein Kumpel, einmal ich. Und da hat er uns quasi rausgeschmissen. Das war dann das Treff. Von wegen bis 22 Uhr, bis 1 Uhr. Das war dann alles. Schmeißt er uns raus. Was war das? Können wir das mal sagen? Und das geilste war. Ingame hieß der Dude, dieser 18-Jährige. Auch noch Peter. Edis. What the fuck, Alter. Oh mein Gott. Das war wirklich komisch. Oh mein Gott. Und du hast wirklich die ganze Zeit gemerkt, dass der Typ eigentlich mega abgefuckt war. Und nichts mit uns zu tun haben wollte. Oh mein Gott. Er hat auch gedacht, ey, was ist das für cringe, Leute? Was sind das für komische Nerds, die da irgendwie jetzt angereist kommen? Nur für diesen Hellen. Ja, mei. Es waren 20 Minuten mit dem Auto. Wow. Wow. Extra angereist. Wow. Das war ja eine Weltreise. Spaß. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Das war wirklich eine Erfahrung für sich. Und das war mein erstes Fireside Gathering. Und das werde ich jetzt immer damit verbinden. Und immer wenn ich die Heldin jetzt sehe, muss ich an diese komische Erfahrung denken. Oh mein Gott. Eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wart ihr schon mal im Fireside Gathering? Was sind eure Erlebnisse? Habt ihr schon mal sowas komisches erlebt? Also. Das war schon wirklich eine Erfahrung. Das war Freitag. Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Wisst ihr Bescheid? Freitag war das. Oh Mann. Der komischste Freitag. Aller Zeit. Okay, Freunde. I'm out. Das dachte ich mir übrigens Freitag auch. I'm out. Oh mein Gott. Aber ich erst mal bedient. Sagen wir es mal so. Freunde. Bis zum nächsten Mal. Nein, sieht's nicht. Haut rein. Was ist das jedin? Ja, aber ich muss mich loswerden.